Was geht, Freunde, der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rocken! Ich checke immer noch nicht, was... Oh. Oh, jetzt aber, Alter! Jetzt kommt der Pferd im Endeffekt. Hier läuft... Alter! Hier geht irgendwas ab, Alter! Wär's jetzt nun gut, wär's böser. Die Toiletten sind diesmal hier die guten Kameradinger. Oh, Junge, es regnet Toiletten. Stellt euch mal vor, das wird irgendwann unsere neue Sprache. Alle rennen rum und schreien nur noch Skibbitti statt Hallo. Das ist ja cool. Warum gucken die immer so bedeppert? Das war aber kurz. Ich glaube, bei Multiversum muss ich auch drei Folgen machen, bevor ich reaktere. Ich hoffe, euch hat auf Sie dieses Video so gefallen. Mit mir in Disney verabschiede ich mich und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal.